Die Spifo-Chao-Mo-Rasse Wir haben einen Hund. Der Hund, der ist gesund. Nur ist der Hund kein Klasse-Hund. Nur ist der Hund auch kein Rasse-Hund. Er ist mit wenigen Worten gemischt aus allen Sorten. Ein Großbaba, ein Fuchs. Ein Großbaba, ein Mops. Ein Spitz, die eine Großmama. Ciao-Chao, die andere Großmama. Kurz, um mich knapp zu fassen, ein Hund aus allen Rassen. Oft fragt mich ein Pappermund, was ist das für ein Hund? Dann sagen wir ganz fassungslos, er ist nicht klein, er ist nicht groß, er ist von vielen Mischen, so irgendwas dazwischen. Dann fragt der Pappermund, wie nennt sich so ein Hund? Dann rätseln alle, klein und groß, wie nennen wir die Rasse bloß? Am besten scheint uns, zwischen den Namen gut zu mischen. Der Name für den Hund wird so ganz kunterbunt. Aus Mops, Ciao-Chao und Spitz entsteht zum Schluss, und das ist kein Witz, die allerbeste Klasse, die Spifo-Chao-Moh-Rasse. Fragt jetzt ein Pappermund, was ist das für ein Hund? Glänzt unsere Ehre lilienweis. Wir sagen im Familienkreis, es ist die beste Klasse, die Spifo-Chao-Moh-Rasse. Die Spifo-Chao-Moh-Rasse.